Wie überlebt der Mensch auf Böses? Die Grausamkeit zerstört unseren Herzen. Auf der Welt isolieren Wellen das Gute wie der Zaun. Der Mensch vergisst und glücklich wie den Fisch. Der Weiser vergisst seine Trauer in der Dunkelheit, und er entfacht ein Kerzen. Den Wahrheit tötet das Böse, und die Perfektion erschafft den Wahrheit. Die Gnade ist der Straße des Glücks. Die Welle lebt nicht am selben Ort. Schreiben, Rehem Ejtev.